einen wunderschönen guten morgen ihr lieben ich dachte ich nehme euch mit zu meiner routine die ich morgens mache ja zuerst creme ich mich ein, euch trockene haut ab hashtag unbezahlte werbung alles selber gekauft wegen markenerkennung von neutrogena die reichhaltige feuchtigkeit creme trockener haut so 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 nämlich von essence und schwarzen kanal und drei wieder mehr auf so 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 dann nehme ich die mascara von essence volume hero mascara power black so 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 ich hoffe euch geht's gut, ihr geht soweit gut, außer seit gestern halt immer wieder gerne Kopfschmerzen, hatte gestern auch ein Paracetamol genommen, hat aber nicht so wirklich geholfen. Wenn ihr Tricks und Kniffe habt, wie ihr eure Kopfschmerzen wegbekommt, dann schreibt zu den Kommis. Und dann schreibt zu den Kommis. Und dann schreibt zu den Kommis. Und dann schreibt zu den Kommis. Wo habe ich das denn? Na ja, nicht so schlimm. Und das ist mein Tagesmakeup. Ich hoffe, ihr habt schöne Pfingsttage gehabt und habt das schön genossen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.